Es gibt fünf Weltreligionen. Wir haben bei dem Religionsmonitor 14.000 Menschen befragt in 13 Ländern. Für mich bedeutet Religion ein Miteinanderleben. Was keinen Platz hat, ist Fundamentalismus. Das sehen wir immer wieder in der Welt und haben jetzt gerade wieder gehört, wie furchtbar es ist, wenn Menschen sich durch die Religion negativ beeinflussen lassen. Und eigentlich soll Religion, und ich sehe auch, eine große Hilfe für die Menschen auf dieser Welt. Und es ist durch nichts zu ersetzen. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden in Berlin oder in Hamburg oder München, dann würden wir sehen, dass kaum die Bürger etwas von anderen Religionen wissen. Und wie kann ich Toleranz ausüben, wenn ich nichts weiß? Das heißt, dass wir eigentlich auch die jungen Leute, wir alle, mehr von anderen Religionen wissen müssen, um uns gegenseitig besser zu verstehen. Und dazu gehört auch, dass wir Kulturen nicht in Wurzeln, auch andere Religionen nicht. Wir müssen lernen, gerade in der globalen Welt, miteinander zu leben. Also achte dein Nächsten. Das ist die große Aussage, denn alle, wir sind Menschen, egal welche Hautfarbe wir haben oder welche Kultur oder welche Sprache. Um das zu verstehen, müssen wir mehr voneinander wissen. Das ist die große Aussage, denn alle, wir sind in Wurzeln. Wir sind nicht in Wurzeln. Untertitelung des ZDF, 2020